grüß euch, was passiert heute? ich probier mal so eine Thuja enthecken mit meinem Buch G auszureißen, schauen wir mal, seid gespannt, ich bin es auch bevor ich es wieder vergieße und ich vergieße das des öfteren, wenn euch mein Kanal gefällt, über Abo da hätte ich mich gefallen, über einen Kommentar genauso und über ein Like, das hilft meinen Kanal, also wie gesagt, vielleicht gefällt euch das, was sie da so zeigen, was sie so bla 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 und alles mögliche, also Daumen hoch, Abo, bis gleich! erstens den kleinen Allroad rein, neutral kleine Allroad ist drin, dann werden wir noch ein Stück weiter zurückfahren, ich werde die Schlaufen doppelt nehmen so, oder? und die Sperre, die Sperre gehen wir rein, jetzt ist das da so richtig Zug auf beiden Radlern ab, mal schauen, ob das funktioniert und jetzt tue ich die Kamera über die Zug, ich wollte hier hinten sehen, was da passiert viele sagen, jetzt tue ich die Anhänger-Vorrichtung, mach das bei der Anhänger-Vorrichtung fest, das sollten wir nicht machen das sollten wir wirklich nicht machen, also deswegen habe ich den Abschlepppunkt gesetzt, also den Döösen vom G so, werden wir mal auf Spannung gehen für jeden Scheiß zu haben so, da probieren wir mal leichte Spannung jetzt muss ich den Verschlepppunkt mal kennzeigen, hoffentlich reiße ich mich jetzt nicht runter naja, grenzwertig da 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 Untertitelung. BR 2018 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 Super funktioniert. Die meiste Anstrengung war das weggetragen, aber weg sind sie.